Okay, das war ganz gut. Jetzt müssen wir, glaube ich, noch mal so viele Fleischstücke schmeißen, damit wir unsere... Achso, die haben wir nicht aufgefressen. Ich muss mir den nochmal zugucken. Aber wenn die die nicht aufgefressen haben, kriegen wir keine Fleischstückchen. So, jetzt sollten wir aber welche bekommen. Wie viele? Vier? Acht. Na gut, da komme ich mit klar. Nicht springen. Okay. Warten. Okay. An die Arbeit. Hi. Hero, let's come. Okay. Warten. Okay. An die Arbeit. So. So, jetzt sollten wir hier eigentlich alle bleiben. Jetzt sieht es ja nach vier Stück aus. Da ist auch keiner mehr am Putzen. Ah, die können wir doch direkt von hier machen. Das ist schön. Ich dachte, die müssten doch nach unten. Sehr schön. Dann haben wir hier, glaube ich, alles. 26. Oder ist das Gesamt? Moment, jetzt muss ich mal gucken. Ist das Gesamt, was da steht? Und die Zahl geht, glaube ich, nicht runter, ne? Arbeiter am Depot. 26 Arbeiter auf dem Gleis. Null. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie das ist. Aber Opfer ist null. Ich denke mal, wenn wir in den Slick Baraks welche zurückgelassen hätten, wäre bei Opfer schon eine Zahl. Ähm. Ja. Oh, wir dürfen fahren. Ah, Moment. Ich muss die Blaze wieder ein bisschen aufrecht halten, damit die nicht rum lag. Hoffentlich. So. So. Untertitelung des ZDF, 2020 So, ich glaube, ich muss mir mal irgendwas bauen. Oder einen Moment. Ich hatte Dennis mal irgendwas von Ikea mitgebracht fürs Tablet. Dass ich die da drauf stelle. Das ist nämlich auch so ein bisschen schräg. Ich glaube, das wäre ganz gut. Naja, wir sind jetzt Boneworks. Sehr rustikal hier. Den Quick Save. So, da ist Direktor Flag. Da steht, Wochen in der Unterhose hinauszuschmuggeln ist ein Grund zur fristlosen Liquidierung. Was stand? Soulstorm, Gru, einfach Riegel. Das erste, was stimmt da? Ach, Knochen. In der Unterhose. Hm. Wir haben auch keine Steine mehr. Oder falsch. So. Ähm. Quick Save. Ah, ich glaube, wir würden es nicht von hier springen, sondern von hier. Weil sonst landen wir, glaube ich, zu weit. Wir müssen halt direkt runter flüßen, damit wir irgendwie geschossen werden. So. Puh. Okay. Flügel 1. Ich glaube, hier gibt es wieder ein Video. Ich halte mal wieder aufrecht. Die Magogs auf dem Vormarsch. Nachrichten und Unterhaltung. Direktor Flag meldet schwere Produktionsrückgänge. Es ist nicht mein Verschulden. Da steckt dieser Ape dahinter. Just Rapture Farms, jetzt auch Necromines. Das heißt, totaler Bau aller Vorräte. Es gibt keine Knochen, also keine Brühe. Es tut mir leid, ich kann nicht das Geringste dafür. Meine ganze Karriere ist gefährdet. Und daran ist nur dieser blau-graue Maul hält den Schnürsäckel schuld. Diese Sendung sponsert es Scrapcakes. Mh, mh. Cracker. Lecker wie vom Bäcker. Yay. Weil manchmal sind nämlich auch hier so Fernseher angezeigt. Dann ist aber nur was zum Lesen da. Aber es ist dann eine sehr unschöne Verarsche ein bisschen. Da freut man sich auf ein Video und da muss man wieder lesen. Mh, mh, mh. Okay, hier gibt es, glaube ich, ein Geheimnis. Auf der linken Seite. Ja, da oben. Oben links ist es, glaube ich, wenn wir da... Entweder nach oben oder durch die Wand. Ich weiß es nicht. Wie kriegen wir die denn da runter? Ah, ne, ich muss ihn. Ah, ja, lacht ihr mal. Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich das so gewerkspredigen muss. Warum halt? Oh nein. Das ist irgendwie ein bisschen doof, weil die haben sich gerade selbst in der Schleife irgendwie gehalten, weil der eine Halt gesagt hat. Ich mach hier mal ein Quick Save. Ich weiß zwar nicht, ob ich hier richtig bin. Ich werde gebrutzelt. Ich muss das mit den Snips machen, aber ich weiß nicht wie. Oder Moment, Moment, Moment. Ich guck mal, was passiert. So, das hört irgendwann auch, glaube ich, wieder auf. Hoffe ich. Ja. Okay, jetzt muss ich den Okay, jetzt muss ich den da runterholen. So, sehr schön. Äh, damit wir hier unten die Tür zu machen können, glaube ich. Nein, Moment. Du sollst hier stehen, wenn ich da draufkomme. Ich glaube, wenn wir Britzel anmachen. Ja, dann kommen wir nämlich nicht mehr zurück. Gut, dass ich den Quick Save gemacht habe. Dann müssen wir noch mal da hoch. Das war natürlich auch sehr gut, dass ich, äh, ach ja. Hm. Warte. Okay. Hilfe! Hilfe! Hm, verdammt. Könnte ja sein, dass es funktioniert. Da muss ich warten, bis der Alarm weg ist. Warte. Okay. Ich meine jetzt nicht, dass sie gleich scheiße laufen werden. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war knapp. Ihr seht mich aber nicht, ne? Ich bin im Schatten. Oh, 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 oh! Oh nein, ich habe kein Quicksafe gemacht. Ich glaube, ich muss da irgendwo nach oben. Also, ich kann mir nicht vorstellen, warum da sonst Schatten sein soll. Ich habe ein Quicksafe gemacht? Nein! Obwohl doch! Ah, da kann man hoch. Hilfe! 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 Hm. Das ist, glaube ich, relativ easy peasy. Ja. Ach, da oben bin ich. Also, da hinten. Da habe ich ja... Ich dachte, ich könnte mir oben raus. Da muss man ja auf alles gefasst sein hier. Oh, feuer. Was? 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 Guck! Nicht schießen! Ah! Nein, nein, nein! Was muss ich denn hier machen, ey? Moment mal. Ich glaube, ich komme dann in den Hintergrund und dann kann ich alle tot machen oder so. Kann das sein? Da muss man ja erstmal wissen, wo man überall hinkommt, doch. Ja. 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 Ja.